You are not prepared! Wollkenschlangen zu zähmen, muss man ein paar Voraussetzungen erfüllen, welche das sind und wie ihr euch das zähmen der Wolkenschlangen ein bisschen vereinfachen könnt, das erkläre ich euch in diesem Video. Und damit, liebe BoulderForker-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Kurz vorab, wenn euch das Ganze hilft und ihr auch so einen super coolen Begleiter haben wollt, dann hinterlasst auch gerne ein Abo, würde mich sehr freuen. Ansonsten starten wir jetzt sofort rein in diesen Mini-Mini-Mini-Guide. Um die Voraussetzungen zu erfüllen, um diese Schlangen zähmen zu können, müsst ihr erstmal, vorher war es übrigens die Vermutung, dass das mit eurem Hunter gemacht werden muss, ihr braucht bei der Fraktion Orden der Wolkenschlange den Ruf Ehrfürchtig. Sonst ist es nicht möglich. Aber, und jetzt kommt das dicke Aber, ihr braucht den Ruf nicht auf eurem Hunter. Und das ist eine Sache, die ich persönlich sehr, sehr gut finde, denn ich habe Hunter nie gespielt und habe zwar einen ehrfürchtigen Ruf beim Orden der Wolkenschlangen, aber eben nicht mit meinem Hunter. Ich spiele mir gerade einen Hunter hoch und ich sag mal, so eine Wolkenschlange sieht schon ziemlich nice aus. Jetzt, wenn ihr den ehrfürchtigen Ruf habt, müsst ihr mit dem Char, wo ihr diesen Ruf besitzt, zu diesem netten Typ hier, Sun Rotschuppe. Dafür geht ihr im Jadewald ins Arboretum, er steht auf der Position 5744 und stellt den Rüstmeister des Ordens der Wolkenschlange dar. Dann sprecht ihr ihn an, da habt ihr ein paar Rezepte, Zielflaggen, Rennflaggen, whatever, um Rennen mit euren Wolkenschlangen zu fliegen. Und auf Seite 2 seht ihr neben diesem Lobbyungsabzeichen, was das Ruf haben für Twings theoretisch einfacher machen würde, dieses kleine Ding hier, Schlangendressur, leicht gemacht, wird an den Blizzard-Account gebunden. Benutzen, erlernt das Geheimnis der Zähmung von Wolkenschlangen. So, das Ding kaufen wir uns jetzt. Weiterer Vorteil, ihr müsst diesen Folianten, dieses Buch, nicht an euren Hunter schicken, sondern einfach rechts klicken. Und ihr habt es erlernt, auf allen Huntern, die ihr auf eurem Account habt und die ihr habt werdet. Und damit seid ihr eigentlich auch schon fertig an dieser Stelle. Dann könnt ihr losgehen und Wolkenschlangen zähmen. Wo ihr diese jetzt findet, nächste gute Frage. Die sind über ganz Pandaria verteilt und stellen meistens einzigartige bzw. seltene Gegner dar. Ihr könnt ja zum Beispiel mal hier auf Pandaria gehen. Eine Wolkenschlange, die ihr zähmen könnt, ist Nalak, Weltboss auf der Insel des Donners. Sehr schönes Modell, wie ich finde. Yulon könnt ihr nicht zähmen, da es sich hierbei in dieser Prüfung dieser Weltbosse, die werden, soweit ich das weiß, am Ende wieder freundlich. Und dementsprechend könnt ihr das Ding nicht einfach wegzähmen. Aber cool wär's. Sehr geile Farbe auf jeden Fall. Aber geht leider nicht. So, dann, welcher Boss auch unter diesen Begriff Wolkenschlange fällt, ist... Wir gehen ins Mogushan-Gebölbe Elegon. Tatsache. Ihr könnt diese Wolkenschlange im super schönen Astral-Look, wenn ihr diesen Folianten gekauft habt, nun auch zähmen. Wichtig dafür, dass es sich um eine Geisterbestie handelt, müsst ihr Beastmaster sein und das entsprechende Level zum Zähnen von Geisterbestien freigeschaltet haben. Wenn ihr das erledigt habt, könnt ihr ganz easy in den Raid steppen, Elegon wegzähmen. Kombiniert's am Ende noch, weiß ich nicht, mit, äh... Ja, zum Beispiel mit Nalak. Und ihr habt wirklich, wenn ihr das Talent wählt, dass ihr zwei Pets am Start habt. Ein super geil aussehendes Team von Mobs, die euch unterstützen. Weitere Wolkenschlangen, die zum Beispiel gehen im... Ähm... Teil der Vierwinde waren... Nee, Teil der ewigen Blüten war das. Fliegt zum Beispiel im alten Pandaria Alani rum. Auch eine Wolkenschlange, die man zähmen kann. Im neuen Patch, beziehungsweise mit 8.3, kam ja auch eine Wolkenschlange dazu, wo ich den Namen leider vergessen habe. Die könnt ihr auch zähmen. Ansonsten... Gibt es noch weitere Wolkenschlangen-Mobs im Game. Welchen... Welche ihr euch davon aussucht als euren Begleiter, bleibt natürlich euch überlassen. Fakt ist jedenfalls, wie am Anfang schon gesagt, wenn ihr mit so einer geilen Schlange ums Eck kommt, anstatt mit eurem grauen Wolf aus, keine Ahnung, Dorotha oder sonst wo. Das sieht schon super geil aus. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch mit diesem Guide ein bisschen weiterhelfen konnte und ihr zukünftig als Hunter in Style mit einem super fetzigen Begleiter unterwegs seid. Mir bleibt jetzt nichts mehr zu sagen als bleibt gesund, habt viel Spaß in Azeroth und wir sehen uns beim nächsten Mal. Reingehauen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020